Besser als die Zeit, wo du einen Baum gehängen hast? Ja. Besser als die Welt, die sich in die Welt verlieben, und sie sind in die Welt verliebt. Einmal mehr als sie vorher waren, aber oft weniger, und selten das gleiche. Für alle Menschen, es gibt eine Zeit, wo sie nicht leben, aber sie haben nicht übergebracht. Und diese Menschen verlieben die Welt, wie du und ich, weder zu bleiben oder verloren. Das sind die, die wir wohl jetzt immer sehen. Wunder. Wunder. Was hast du mit, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, nichts, was man Angst hat. Ich bin sicher. Es ist nur viel, was für einiges zu nehmen. Manchmal gibt es Probleme, schlafen oder andere Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel langer Haare aus, die ihr aus einer Wange sprießen. Sie müssen sehen, Herr Meierwald. Er könnte dir viel mehr als ich sagen. Ein Watcher, wie du. Er hat viele in seiner Zeit. Er hat sich in ein altes Kiep, niemand würde sagen. Er ist nicht weit, nicht weit, nicht weit. Kannua, beyond the Black Meadow. Er will welcome the company. Ich? Ich? Ich habe dich zu Tearen, doch. Und hier, ich dachte, du kommst, mich zu besitzen. Und ich in particular. Kaldara de Baranzi. Die Royal Academy of Animatic Sciences. Nicht das größte der ihre Nummer. Aber ich kam hier alles das Gleiche, weil diese Hilfe brauchte. Ja, hier wurde Hilfe gebraucht und sie wollte dann auch der Frau von Redrick helfen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Was genau macht ein Bisila? Das ist jetzt ein interessantes Konzept. Also unser Charakter, Marissa, ist ja darauf aus oder war bisher immer darauf aus, möglichst Geld zu verdienen und unabhängig zu sein. Aber jetzt kommt eine vollkommen andere Komponente in ihr Leben, nämlich dass Seelen wesentlich wichtiger sind. Das heißt, wenn sie jetzt die Möglichkeit hätte, Seelenfragmente zu sammeln, zu stehlen, sich zu nehmen oder dergleichen, dann würde sie das bestimmt auch in ihr Repertoire quasi aufnehmen. Und dann weniger dem Gold hinterherjagen, als der Macht, die Seelen geben. Hmm. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Wir konnten jetzt ja schon in die anderen Seelen blicken. Obwohl ich mir irgendwie denke, dass es erst für später vorgesehen war. Dass man normalerweise hier hinkommt, man wird begrüßt, in Anführungszeichen, von der Wache und so. Und dann gleich hier hingeht und danach erst in die Seelen blickt. Vielleicht können wir jetzt mit den Informationen, die wir aus den Seelen bekommen haben, mit den Leuten nochmal reden und irgendwie Einfluss nehmen auf sie. Und ihnen davon berichten, wer sie früher waren im alten Leben. Wobei das auch gefährlich sein könnte. Es ist eine faszinierende Wissenschaft. Eine faszinierende Zeit, um in einem Ort wie Deerwood zu leben, das nicht die Forschung kontrolliert, oder? Ich liebe die Velian Republiken für viele Dinge. Aber ihre recenten Kaution wird sie hinterlassen, ich schaffe. Natürlich, Deer. Ja, dann sind wir, glaube ich, erst mal fertig. Wir wissen jetzt, dass wir zu diesem anderen Beseeler müssen und mit ihm sprechen. Goodbye, mein Lieber. Es war eine schönste Besuchung. Kaldara schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorne über den Geigenstrick sinkt und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Allos sieht dich mit zusammengeknüpfenen Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ich bin Batman. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dem Wächter umgehen soll. Ob ich es wirklich weiterhin Wächter nennen soll, weil das einfach eine falsche Übersetzung ist. Oder ob ich jetzt halt immer Watcher sagen soll. Ich bin ein Watcher. Das klingt komisch. Na gut, übernehmen wir das Deutsch. Gut, ich bin ein Wächter. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seiner Kapuze zurück. Nun, gut, ähm, das ist interessant. Grinst dich schlitzohrig an. Und das hat vermutlich etwas mit der verhüllten Gestalt in den Ruinen zu tun, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammenreisen, ist es wahrscheinlich Weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Ja, eigentlich haben wir es dir gegenüber nur erwähnt, weil du halt ein Magier bist und du dich wahrscheinlich etwas besser mit solchen Dingen auskennst als ein goldgieriger Söldnerpaladin. Weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmte Seelenzustände haben. Er hustet. So wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Lasst uns fortfahren. Ja, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Und die Aufgabe wird sein, Reise nach Kaidenua, wo wir einen Mann namens Meerwald finden werden. Okay, was haben wir noch? Um Korn ist breit. Wir müssen die Fäde noch beheben. Wir müssen die Schmiede noch finden. Und wir müssen noch im Tempel unten was machen. Ja, ich denke wir... Was? Alles war der Pfeifenrauchende. Pfeifenrauchende. Wie bitte? Von was redest du da? Alles runzelt die Stirn. Macht ihr das hier, um euch zu amüsieren? Ich denke, er ist einfach nur verbittert und muss hier Wache schieben und macht wenigstens etwas drauf. Was lässt dich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hätte? Außer, dass ich gerade fünf Minuten auf ihren vermodenden Körper gestarrt habe und vor mich hingeprabbelt habe. Er betrachtet dich einen Augenblick mit hochgezogenen Augenbrauen. Sein Grinsen wird breiter. Also, unser Magier haben wir gesagt, dass wir wahrscheinlich ein Wächter sind. Aber wir sollten es nicht eben auf die Nase binden. Sowas macht schnell die Runde. Unmöglich. Ich sabbere nicht mal halb so viel. Also kennst du dich bereits aus. Trotzdem, du musst mir meine Neugier verzeihen. In dieser Gegend bevorzugen wir es eher, von unseren Toten wegzuschauen. Ich war in letzter Zeit etwas außer Form. Natürlich. Wir haben alle schlechte Tage, an denen wir absolut regungslos dastehen und eine Weile ohne zu blinzen auf Leichen starren. Er zwinkert dir zu. Okay, er ist echt sympathisch. Ja komm, erzählen wir es ihm. Weißt du, was ein Wächter ist? Wichtig, Freund. Besten nicht das Wort hier benutzen. Es gibt ein paar Radrick-Bootlickerer mit einem Earschot. Cyphers, Animancers, Watchers. Das ist das Gleiche in den Augen der Leute hier. Radrick besonders. Sie kommen durch diese Teile immer mit ihren Kursen, die auf der Desperate betrachten. None of them are who they claim to be. Wir sind aber wirklich so einer. Und es war eine gute Entscheidung, ihm das zu sagen, weil er ist ein guter Kerl. Ein bisschen ruppig, ein bisschen komisch drauf, aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Natürlich, wenn du mit diesem lustigen Schaust, würde ich mich halbwegs bemerken, dass du eine Art Kommunion mit diesem Dwarf haben. In der Falle, vielleicht bin ich nicht 19 Jahre alt. Keine Entschuldigung. Danke. Aber sehr cool. Also der Autor, der das geschrieben hat, die ganzen Dialoge, oder ein Großteil davon, der hat echt einen super Humor. Du denkst, dass du gehängt werden wirst? Die Stadt hat es für mich eine lange Zeit gehalten. Ein nur ein Mann, der mich für mich gestohlen hat. Well, er ist Nummer 18 da oben. Mein Händler auf der Fahne. Er war mein Kapitän während der Krieg. Im Krieg? Krieg des Heiligen. Nur einer in meinem Leben. Dieser Kerl beschließt, die lebende Inkarnation von Eoas zu sein. Eotas. Stürzt Redkeras. Marschiert auf den Dürrwald. Also begrüßt wir ihn auf dürrwälderische Art. Eine Keule ins Gesicht? Was ist eine dürrwälderische Begrüßung? Wir jagen ihn in die Luft. Also ja, es gibt Schwarzpulver und es gibt wohl auch Pistolen. Er lächelt, als er das sagt. Aber es ist das Lächeln von jemandem, der einen Witz nicht aus Spaß erzählt, sondern um einen Effekt zu erzielen. Wer ist Eotas? Der Gott der Wiedergeburt und der Erlösung. Früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für ihn. Und warum wurde Nummer 18 gehängt? Hab mich eingemischt. Redrick schickt vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Quelle, dass jemand im Dorf von Kolksk arbeitete und eine Verschwörung zu Redricks Sturz plante. Sie sagten, wenn der Schuldige nicht hier und jetzt vortrete, würden sie alle von uns aufhängen. Niemand trat vor. Also tat es Swizin. Das war mein Vorarbeiter. Und sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihm am Wort genommen. Ja, in so einer Gegend hier lohnt es sich nicht, ein guter Mensch zu sein. Er kriegt man nur in den Hintern getreten. Er seufzt und schüttelt den Kopf, den Blick starr auf den Baum gerichtet. Das musste früher oder später passieren. Wenn nicht für eine Verschwörung gegen Redrick, dann für meinen Schutz. Und was hat das Dorf gegen dich persönlich? Das ist falsch, Gott. Das ist, was es an die Frage geht. Es war ein paar Aethis-Worshippers in Gilded Vale. Das Messerachs da oben da, da war ein Tempel für ihn, um dir eine Idee zu geben. Und dann ein Tag, jemand namens Widewind kommt auf der Türkei und sagt, er ist die lebende Fläche von Aethis. Er hat einen Armee mit ihm. Er hat einen Armee mit ihm. Er hat einen Armee mit ihm. Dann haben sie es gemacht. Oh, Mist. Es scheint, das ist nicht mehr ein Problem. Natürlich, die Townies machen nicht die Hänge in diesen Tagen, aber wenn Redrick's Männer kommen, haben sie keine Probleme mit dem Hintern. Wenn du als nächster gehängt werden sollst, was machst du dann noch hier? Du könntest mit uns kommen. Hauptsächlich trinken. Eigentlich stehe ich kurz vor dem Aufbruch. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Dort draußen gibt es nicht viele Orte, wo man nicht denkt, dass Widewinds Vermächtnis mit Widewind begann. Wir könnten zusammenreisen. Wohin führt dich dein Weg? Zu einem Ort namens Kaid-Nua. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Außerdem kriegen wir eine Festung. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ich weiß nicht, dass ich etwas über das Jahrzehnt habe. Er hat diesen Ort geschehen. Die Leute ihn ausprobieren würden für all kinds of Dinge. Tränen der Soul, Fragen für die Gehörterung. Natürlich, das war damals, als du nicht brauchst, wenn du gesagt hast, mit einem Hushen auf deinem Gehörtern. Ein Mann wie das? Es gibt Dinge, die ich möchte ihm fragen. Ich weiß nicht, warum ich das nie gedacht habe. Ich bin nicht sicher, wie ich fühle mich mit einem Verrückten. Und ein Verrückter an das. Außerdem haben wir vor, den Tempel deines Gottes hier noch zu, naja, ihm helfen. Also wir wollen die Priester ja da unten rausholen. Das würde er bestimmt auch ganz gerne sehen, weil er ist ja ein Anhänger des Gottes. Ein wirklich guter Grundschritt. Die beiden werden sich gut vertragen, ja? Dann lasst uns losziehen. Na ja, Gott. Du hast mehr Lebenspunkte als unser Tank. Moment mal. Ähm, da. Du bist Stufe 3 Kämpfer. Sehr viel Macht, sehr viel Verfassung. Also ähnlich wie der Barbar. Den Barbar hätten wir uns jetzt eigentlich sparen können, vor allem weil er Level 1 ist. Ähm, ja. Eventuell werfe ich ihn gleich wieder raus. Ich weiß nicht, ob das einfach so geht. Lead. Nein, geht nicht. Ja, gucken wir, wenn es soweit ist. Was hast du für Ausrüstung? Schwert und Schild und Bogen. Okay. Kriegst ein bisschen was da. Achso, das muss da rein. Da rein. Da rein. Da rein. So. Und jetzt mit vier Mann sollten wir es wohl schaffen, da unten einigermaßen zurecht zu kommen. Das Ding hat sich wieder verschoben, aber ist okay. Joa, also. Wir gucken dann gleich da runter. Dann werden wir in die Taverne müssen nochmal schlafen. Weil wir da unten bestimmt gut auf die Nase bekommen. Den kaufen wir noch Ration und machen es dann auf in Richtung zu diesem alten Wächter. Das klingt soweit gut. Das klingt soweit. Das klingt soweit gut.